Willkommen zurück hier in der Beta von Diablo 4. Es ist jetzt 6 Uhr und wir machen uns mal auf den Weg um Azshara zu finden, den Weltboss. Vielleicht haben wir eine Chance an dem Kampf teilzunehmen. Er soll in Crucible sein und das sollte hier rechts unten irgendwo sein. Da machen wir uns jetzt auf den Weg. Wir sind jetzt max level in der Beta. Level 25 und Eventbelohnung und Realmbelohnung sind das einzige, wie wir jetzt noch an Punkte kommen können. Deswegen wollen wir mal schauen, was wir hier noch erreichen können. Ansonsten machen wir heute Nachmittag mit einem anderen Charakter weiter. Ich werde noch mehr Energie. Ich werde noch mehr Energie. Ich werde noch mehr Energie. Ich werde noch nicht bereit sein. Ja, es lecke ich hier ziemlich. Was ist ein Killer? Oh, den lassen wir mal Killer sein. Ich brauche mehr Energie. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Das ist nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Was ist das 옳 ricche? Ich brauche mehr Zeit. Ich bin bereit. Ich bin bereit, ja. Ja! ja wir sind mit unserem bild schon ziemlich gut dabei und müssen jetzt eigentlich nur noch ein bisschen ausrüstung finden schauen wir mal dass hier die richtige stelle ist bilder des urteils könnte sein schmelzziegel ja hier sind wir richtig 25 plus das ist definitiv die weltboss region und hier sind auch schon spieler sagen einfach mal hallo ich hatte noch einen ring gefunden beschraubt klingen den können wir dann einem charakter geben der nahkampf macht ja das ist definitiv weltboss die frage ist wann und wie spawnt der es ist jetzt 6.04 und er soll ja einmal um 6 und einmal um 8 kommen ich bin mir da noch nicht so ganz sicher ich habe noch mehr energie ich habe noch mehr energie ok es wäre ein paar mehr hier 2 4 6 7 ich habe noch energie ich habe noch energie nicht mehr aber keine todesfälle mehrfach liegen Das ist eine Stair-Bot. Oh, shit. Wow. Oh, shit. Ah, okay. Man kann drei Fallen gleichzeitig legen. Von den großen. Ja. 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 Muss man hier noch irgendwas triggern, damit der kommt, oder was? Oder müssen zwölf Leute da sein? Ja. 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 Hilfe! Hilfe wäre willkommen. Gut gemacht! Hm, vielleicht muss man in der Gruppe sein, damit das funktioniert. Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was du mit ihm schottst. Und das ist einfach so schön. Der Griechen, die Menschen haben uns etwas verdan��. Die Menschen haben es nicht zufrieden. Von Ordnung. Es ist ja nicht zufrieden. Wir haben uns ein Problem. Wir haben uns einen König mal begleifen. Wir haben uns die Werte und wir haben das und wir haben die Werte. Wir haben uns das. Wenn wir uns das an, Das war's für heute. 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 Halt. Das war's für heute. Das war's für heute. Earn it. Das war's für heute. 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 Out of energy! I'm not ready yet. 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 Ich werde zurück in der Vault, okay? Okay. Ich bin auf der richtigen Weg. Sie war hier. Du bist der letzte Besucher in meinem Sanctum. Obwohl, du bist zu lange, wie Lilith war vor dir. Denn es war mein Vater, Inarius, der hier zu kommen. Er war erst. Es war, als meine Visions foretold. Wie wir... ...hurtle nach dem Prophecy's End. Ich brauche mehr Energie. Ich brauche mehr Energie. Das waren glaube ich 3 oder 4 Elite auf einmal gerade. So, schauen wir mal was wir hier bekommen haben. Widerstand, Abklingzeitreduktion. Ja, wir nehmen den mal. Der ist nämlich mit mehr Rüstung. Aber was haben wir hier? Stiefel. Widerstand, Abklingzeitreduktion. Es begann in den Rüstungen. Ich habe schüttelte Bilder aus dem Ende des Sanctuaries. Ich brauche die Tumors zu gehen, um weiter zu gehen. Ich brauche die Tumors zu gehen. Hier. Ich brauche die Tumors zu gehen. Was ist das? 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 Eine neue Haube Eben ist Regeneration Und neue Hose Was ist das? 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 Das? Es ist das? Ecos mal wird? Ohhhh... I'm not ready yet 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 I need you 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 I'm not ready yet 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 I need you I'm not ready yet I'm not ready yet I need you I'm not ready yet I'm not ready yet I need you I need you I'm not ready yet 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 I need you I'm not ready yet 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 I'm not ready yet